Ich finde, wer sich weiter informieren will und an dem Thema dranbleiben möchte, der findet auf digitalyouthwork.eu eine super Ideensammlung und Projektesammlung, eine gute Dokumentation von bisherigen Ansätzen, die man gut nutzen kann, also so für das Selbststudium. Und darüber hinaus finde ich Unterstützungsstrukturen, Kooperationen sehr wichtig und da gibt es in NRW, in Bayern oder Niedersachsen recht gute Unterstützungsangebote ein, die dann hier verlinkt werden.